Hi, mein Name ist Alex Fischer. In diesem Video zeige ich dir eine meiner Strategien, wie du Steuern in privates Vermögen umwandeln kannst. Und zwar mit Biturbo. Hierzu müssen wir zunächst ein paar Grundlagen klären, da ist es noch etwas theoretisch, aber dann spielen wir richtig das Piano aus Steuergestaltung, Kredit und Immobilien. Ich habe dir dieses Video aus Einzellektionen aus meinem Steuercoaching zusammengestellt, weil dieses Wissen wirklich jeder haben sollte. Wundere dich also nicht über eventuelle Rückverweise etc. Let's roll! Private Vermögensverwaltung und Erhaltungsaufwendungen. Lass uns hier bitte gleich direkt in die Definition einsteigen. Hier gibt es nämlich viele Missverständnisse, deswegen, weil sich das alles gleich anhört, aber teilweise ganz andere Bedeutungen hat. Anschaffungsaufwand bzw. Anschaffungskosten. Kommt aus dem HGB und dem UGB. Das HGB ist das Deutsche Handelsgesetzbuch und das UGB ist das Unternehmergesetzbuch. Das ist praktisch das Pendant zum Handelsgesetzbuch, allerdings aus Österreich. Also Anschaffungsaufwand bzw. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit diesem Einzelnen zuordnen war. Dann gibt es Herstellungsaufwand bzw. Herstellungskosten, steht auch im HGB bzw. im UGB. Kosten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes und zusätzlich die Kosten für dessen Erweiterung und für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung. Die erste Definition trifft also für den Ankauf zu, die zweite für den Neubau. Anschaffungskosten und Herstellungskosten müssen über die fiktive Lebensdauer abgeschrieben werden. So, jetzt kommen wir zu den interessanteren Dingen. Die sind nämlich sofort absetzbar und nicht über die fiktive Laufzeit abschreibbar. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen keine Anschaffungs- und Herstellungskosten. Im Rahmen des Steuerspiels, wo es um die Zuordnung von Bedeutung geht, wollen wir also definitiv Anschaffungskosten und Herstellungskosten vermeiden. Wann immer möglich. Erhaltungsaufwand, ein spezieller Ausdruck im Steuerrecht. Aufwendungen für die laufende und vorbeugende Instandhaltung privater und gewerblicher Wirtschaftsgüter. Also in diesem Fall Immobilien. Instandhaltung ist gleich entstammter deutschen Industrienorm, kurz den. Instandhaltung sind also Aktionen, die den funktionsfähigen Zustand erhalten oder bei Ausfall wiederherstellen. Z.B. bei technischen Systembauelementen, Geräten und Betriebsmitteln. Als Reparatur, von lateinisch reparare, wiederherstellen bzw. Instandsetzung wird der Vorgang verstanden, bei dem ein defektes Objekt in einen funktionsfähigen Zustand zurückversetzt wird. Diese sind nach DIN 31051 Teil der Instandhaltung. Also Reparatur ist ein Unterteil der Instandhaltung. Renovierung, von lateinisch renovare, erneuern. Renovierung sind Maßnahmen zur Instandsetzung von Bauwerken. Man beseitigt Schäden aufgrund von Abnutzung durch den gewöhnlichen Gebrauch und stellt den ursprünglichen Stand der Nutzbarkeit wiederher. Im Mietrecht ist Renovierung ein Synonym für Schönheitsreparaturen. Tapezieren, Streichen, Lackieren. Folgerichtig Schönheitsreparaturen aus dem Mietrecht, Synonym für Renovierungen. Und dann gibt es die Bereiche, die sind teils, teils gut für uns. Da steigen wir jetzt kurz drauf ein. Modernisierung im Mietrecht. Alle baulichen Maßnahmen des Eigentümers Vermieters einer Immobilie, die das Ziel haben, den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig zu erhöhen, also auf Dauer, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer zu verbessern oder nachhaltige Einsparungen von Energie oder Wasser zu bewirken. Siehe § 555b BGB. Alle anderen Arbeiten, insbesondere Reparaturen, bezeichnet man als Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen. Sanierung kommt aus dem Bauwesen. Die baulich-technische Wiederherstellung oder Modernisierung einer oder mehrerer Etagen bzw. eines gesamten Bauwerks oder mehrerer Bauwerke, um Schäden zu beseitigen und oder den Wohnstandard zu erhöhen. Betonung liegt also auf einer oder mehrerer Etagen, Schäden beseitigen oder Wohnstandard erhöhen. Ist also ein tiefer Eingriff in die Bausubstanz. Das Wort Sanierung kommt übrigens von dem lateinischen Wort sanus, was heißt gesund. Hier geht es also praktisch um die Gesundung eines Objektes. In erster Linie geht es um die Werterhaltung der Bausubstanz. Dies betrifft sowohl die Fassade als auch den Kern. Eine Sanierung geht über die Instandhaltung und Instandsetzung hinaus. Sie kann erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz beinhalten, wie unter anderem Kernsanierung unter Beibehaltung der Fassaden und beinhaltet meist eine Modernisierung, sprich du bringst es auf den aktuellen Stand. Ein Teilgebiet davon ist die energetische Sanierung. Für behindertengerechtes Wohnen bzw. Arbeiten kann auch das barrierefreie Bauen Ziel einer Teilmodernisierung sein. So, hier habe ich dir eine Infografik gemacht. Mit dem Namen Anschaffungs-, Herstellungskosten- und Erhaltungsaufwand fangen wir mit den oberen Kästen an. Wir haben also ganz links die Anschaffungskosten des Grund- und Bodens, dann haben wir Aufwendungen an Gebäuden und dann haben wir Anschaffungskosten für sonstige Wirtschaftsgüter. Anschaffungskosten des Grund- und Bodens sind ganz einfach nicht abziehbar, weil sie sich nicht im Wert mindern. Ausnahme, Außenanlagen, also das Machen eines Gartens, der Befestigung etc., weil das nutzt sich ab, dort ist die Abschreibungsdauer 15 Jahre, wissen viele Leute nicht. Kannst du dir also beim Kauf im Kaufvertrag getrennt ausweisen lassen. Dann haben wir Aufwendungen an Gebäuden. Unterscheiden sich in Anschaffungs- und Herstellungskosten und in Erhaltungsaufwand. Anschaffungs- und Herstellungskosten, einschließlich nachträglicher Herstellungskosten wichtig, musst du abschreiben. Und zwar verteilt auf die vom Gesetz unterstellte Nutzungsdauer. Ausnahme, Vereinfachungsregelung bis 4000 Euro, ohne Umsatzsteuer, das ist alles ohne Umsatzsteuer, Sofortabzug im Jahr der Zahlung. Was wir tatsächlich wollen, ist Erhaltungsaufwand. Das sind nämlich sofort abziehbare Werbungskosten. Und zwar im Jahr der Zahlung abziehbar. Ausnahmen. Und das ist eine Kann-Regelung. Größerer Erhaltungsaufwand kann über zwei bis fünf Jahre verteilt werden. Und dann gibt es noch eine weitere Ausnahme. Das sind die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungskosten. Das sind Kosten, die innerhalb der ersten drei Jahre anfallen. Dafür gibt es eine Spezialregelung. Dazu kommen wir gleich noch. Und abschließend ganz rechts, Anschaffungskosten für sonstige Wirtschaftsgüter. Bei Immobilien könnten das zum Beispiel Hebebühnen bei Duplex-Stellplätzen sein. Also diese Hebebühnen, wo man auf einem Stellplatz zum Beispiel zwei Autos unterkriegt. Die haben eine kürzere Abschreibungsdauer. Und hier gilt wieder Abschreibungen für Abnutzung. Verteilt auf die tatsächliche Nutzungsdauer abziehbar, gemäß der offiziellen Listen des Finanzministeriums. Aufwendung bis 800 Euro, ohne Umsatzsteuer. Die kann man sofort im Jahr der Anschaffung abziehen. Kommen wir zur zweiten Infografik mit dem Namen Modernisierung und Instandhaltung in Vermietung und Verpachtung. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an. Hier unterscheiden wir steuerlich nach unbrauchbar gewordenen Gebäuden und noch brauchbaren Gebäuden. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Sollte das Gebäude jedenfalls unbrauchbar geworden sein, sind es immer Herstellungskosten und sind über die Laufzeit abzuschreiben. Bei noch brauchbaren Gebäuden unterscheiden wir in vier Unterfälle. Nämlich Wesensveränderung und Umnutzung, Substanzverbesserung, Gebäudeerweiterung und Substanzerhaltung. Wesensveränderung und Umnutzung bzw. Substanzverbesserung sind nachträgliche Herstellungskosten. Gebäudeerweiterung sind Herstellungskosten. Wenn du das mit den vorherigen Definitionen vergleichst, wirst du das ganz klar wiederfinden. Und Substanzerhaltung sind Erhaltungsaufwendungen. Und das, was wir wollen, steuerlich, weil wir es sofort abziehen können, sind Erhaltungsaufwendungen. Wichtig, hier gibt es eine Regel zum Thema Substanzerhaltung. Nämlich Elektro-, Sanitär-, Heizung- und Fenster. Wenn du von diesen vier Punkten, also Elektro-, Sanitär-, Heizung-, Fenster, drei innerhalb von fünf Jahren durchführst, dann gilt es als nachträgliche Herstellungskosten. Machst du nur zwei innerhalb von fünf Jahren, gilt es als Erhaltungsaufwendungen. Also Beispiel, du machst Elektro-, Sanitär- und Heizung. Alles innerhalb von fünf Jahren musst du es über die Laufzeit abschreiben. Machst du dagegen nur Heizung und Fenster, gilt es als Erhaltungsaufwendungen. Du solltest also hier die fünf Jahreszeiträume genau im Blick behalten. Kurz noch Sanitär. Die Sanitärtechnik befasst sich als Teilbereich der Versorgungstechnik, also Haustechnik. Das heißt, Sanitärtechnik ist Teil der kompletten Versorgungstechnik mit technischen Installationen der Gas- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung einschließlich der daran angeschlossenen Einrichtungsgegenstände in Bädern, Duschen und Toilettenanlagen. Also diese Definition solltest du auch kennen, denn du weißt ja, das Steuerspiel besteht aus der Zuweisung von Bedeutung an Zahlen in der richtigen Identität. In diesem Fall geht es um die korrekte Bedeutung und die korrekte Definition. Was ich damit sagen will, nicht nur Bäder gehören zur Sanitärtechnik, sondern auch Gas- und Wasserversorgung und Abwasserversorgung. Jetzt hierzu noch ein paar Anmerkungen aus der Praxis. Zum Beispiel kenne ich Kollegen, die machen folgendes. Wenn die ein Bürohaus ankaufen, um es im Bestand zu halten, dann machen sie aus einem Büro zunächst einmal ein hochwertigeres Büro. Allerdings ohne Bäder, sonst wäre es eine Wesensveränderung oder Umnutzung. Denn sind wir mal ehrlich, gerade die wertsteigernden Maßnahmen, wie zum Beispiel Parkett, wie zum Beispiel Glattputz, wie zum Beispiel schöne Fliesen und Ausstattung, die sind nicht in der offiziellen Definition von Substanzverbesserung drin. Natürlich solltest du hier auch immer den Gesamtblick wahren, denn wenn du es hier übertreibst, fliegt dir das natürlich um die Ohren. Jetzt haben unsere Kollegen das Büro also in ein hochwertigeres Büro umgenutzt und haben praktisch alles so vorbereitet, dass man tatsächlich nur noch ein Bad einbauen müsste und schon hätte man eine Wohnung. Tatsächlich ist es aber einfach ein hochwertiges Büro. So, du siehst also, hier kann man kreativ sein, du darfst aber nicht täuschen oder das Finanzamt täuschen, weil sonst fällst du in die Betrugsdefinition hinein und dann verstoßen wir gegen unsere Liebe-Gott-Regel aus dem Eingangsbereich und auch gegen die Bild-Zeitungsregel. Außerdem, wie gesagt, immer das § 42 Abgabenordnungsgestaltungsmissbrauch-Prinzip im Kopf behalten nicht übertreiben. Du wirst sehen, in den späteren Videos werden wir dieses Wissen ganz konkret in die Praxis umwandeln, deswegen schau dir das nochmal ganz genau an. Anschaffungsnahe Herstellungsaufwand. Diese Spezialform kommt vor allem bei neuen Ankäufen vor. Hierzu habe ich dir eine Infografik aufbereitet. Prüfungsschema, anschaffungsnahe Herstellungsaufwand. Vorweg noch ein paar Worte zum Hintergrund. Der Steuergesetzgeber stellt sich auf folgenden Standpunkt. Wenn jemand ein Gebäude gerade erwirbt und innerhalb von drei Jahren verschiedene Renovierungen notwendig sind, dann waren die von Anfang an im Kaufpreis enthalten. Das heißt, er hat einen Abschlag darauf gekriegt und es sind somit keine Erhaltungsaufwendungen mehr. Nach den drei Jahren sieht die Sache anders aus. Und deswegen wird in den ersten drei Jahren ganz besonders geguckt und es gibt ganz spezielle Regeln dafür. Schauen wir uns die Infografik an, zunächst zur Orientierung. Erste Frage, wurde das Gebäude erworben? Wurde das Gebäude hergestellt? Und liegt ein unentgeltlicher Erwerb vor? Also, wurde das Gebäude erworben? Ja. Dann prüfen wir als erstes, sind die Kosten, die wir haben, Anschaffungskosten. Dazu würde zum Beispiel die Maklergebühr zählen. Auch die Notarkosten für die Beurkundung. Nicht allerdings die Notarkosten für den Eintrag der Grundschuldbestellung, die kannst du sofort abziehen. Auch die Grunderwerbsteuer würde zur Anschaffungskosten fallen. Falls das so ist, Aktivierung als Anschaffungskosten, sprich muss über die Laufzeit abgeschrieben werden. Nehmen wir an, es sind keine. Beispielsweise, weil du in den ersten drei Jahren eine Renovierung gemacht hast an einem Bad. Dort hast du die Wanne getauscht. Dann stellt sich die Frage, handelt es sich um Modernisierung oder Instandhaltung? Dann war die Veranlassung innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung, in diesem Fall ja. Dann musst du dir die Frage stellen, sind sämtliche Maßnahmen zusammen mehr als 15% der Gebäudeanschaffungskosten innerhalb der ersten drei Jahre, Gebäudeanschaffungskosten, d.h. Kaufpreis abzüglich Grundstücksanteil und hier gilt das Nettoprinzip, d.h. die 15% sind zuzüglich Umsatzsteuer. Nachdem unsere Badewanne sicherlich nicht 15% der Gebäudeanschaffungskosten überschritten hat, können wir hier also mit Nein antworten und haben sofort abzugsfähigen Aufwand. Angenommen, wir hätten ganz viel ausgegeben, sodass die 15% zuzüglich Umsatzsteuer überschritten werden und wenn auch nur um 1€, dann hast du anschaffungsnahen Herstellungsaufwand. Übrigens, in diesem Fall, das Verschwindenlassen von Rechnungen ist Steuerverkürzung und strafbar. Das darfst du nicht machen. Jetzt haben wir allerdings hier noch ein paar Seitenableger. Z.B. bei der Frage, handelt es sich um Modernisierung in Standhaltung? Angenommen, du sagst Nein, weil es z.B. Schönheitsreparaturen sind. In diesem Fall erfolgt eine zurzeit quantitative Prüfung, üblicherweise jährlich wiederkehrend, bedeutet man schaut sich das Gesamtbild an, darüber gibt es Urteile. Wenn du jetzt also so viele Schönheitsreparaturen machst, dass sich praktisch das Ganze schon als Modernisierung oder echte Instandhaltung äußert, dann würde das wieder nicht gelten. Falls es aber echte Schönheitsreparaturen sind, herzlichen Glückwunsch, sofort abzugsfähiger Aufwand. Dann haben wir ganz oben den Hauptzugangspunkt, liegt ein unentgeltlicher Erwerbwort, das heißt, es wurde dir geschenkt oder übertragen oder vererbt, sagen wir ja. Und du würdest jetzt irgendetwas machen, dann wäre es kein anschaffungsnaher Herstellungsaufwand. Warum? Ich hatte ja eingangs erwähnt, wie der Gesetzgeber denkt, er geht davon aus, dass du es in dem Kaufpreis schon so verhandelt hast, dass es diese Ausnahmeregelung gibt, weil das praktisch versteckte Anschaffungskosten wären. Jetzt hast du aber hier keine Anschaffung, also auch kein anschaffungsnaher Herstellungsaufwand. So, und jetzt käme die Unterscheidung, sind es Herstellungskosten? Falls keine, herzlichen Glückwunsch, sofort abzugfähiger Aufwand. Falls es Herstellungskosten sind, also du baust an, gegeben, dann Aktivierung als Herstellungskosten, musst du es über die Laufzeit abschreiben. Auch hier gilt, wie in dem vorherigen Video schon erklärt, Standardveränderung. Elektro, Sanitär, Heizung, Fenster. Sobald du drei dieser vier in einem Fünfjahreszeitraum durchführst, hast du eine Standardveränderung und dann bist du nicht mehr bei sofort abzugsfähigem Aufwand. Dann bist du bei Standardverbesserung. Also immer schön darauf achten, dass von diesen vier nur zwei gemacht werden innerhalb von fünf Jahren. Steuern in privates Vermögen und zwar mit Faktor 10 umwandeln, das Piano bei Immobilienspielen. Und das wird jetzt wirklich heiß, was ich dir hier verrate. Wir schauen uns nämlich an, die Anwendung von Finanzierung, Steuerverschiebung, Instandhaltung und rollierendem Eigenkapital in der Praxis. Hierfür habe ich dir eine Infografik erstellt. Ganz links siehst du, am 01.01.2020 kaufen wir ein Objekt, das eine Million Kaufpreis hat. Dazu kommen 100.000 Kaufnebenkosten und 500.000 Renovierungskosten. Wir haben also einen Gesamtaufwand von 1,6 Millionen Euro. Übrigens der Ablauf nach rechts ist der Zeitablauf. Also wir starten beim 01.01.2020 mit Kaufvertrag und enden am 01.01.2030 mit Wiederverkauf. Jetzt machen wir folgendes. Wir finanzieren die vollen 1,6 Millionen Euro bei der Bank und bieten der Bank an 10% Eigenkapital als rollierendes Eigenkapital. Es werden also, und das siehst du ganz links in der goldenen Schrift, 160.000 Euro Eigenkapital auf ein Depot gelegt. Kurzer Hinweis für die Zweifler unter euch. Wenn euer Banker sagt, das geht nicht, das machen wir nicht, hast du den falschen Banker. Das ist einfach ein Banker, der nicht will. Ich selber mache das nur so und jetzt könntest du sagen, Mensch, ich spiele aber nicht in der Liga vom Fischer. Stimmt nicht. Ich habe das auch schon mit vielen Leuten durchgezogen und selbst fremde Vermittler benutzen inzwischen das Prinzip des rollierenden Eigenkapitals. Es geht, die Frage ist nur, ob dein Banker will. Im Darlehensvertrag vereinbarst du also, wie du in dem Video rollierendes Eigenkapital gelernt hast, dass sobald die 160.000 Euro, die 10% Eigenkapital, die du bringst, abgetilgt wurden durch die ganz normale laufende Tilgung, üblicherweise in 3 bis 3,5 Jahren, dass dann das Depot wieder freigegeben wird. Und das siehst du am 2.1.2023, gehen wir davon aus, dass du die 160.000 Eigenkapital wieder zurückkriegst. Jetzt sollten wir noch ein wenig reinzoomen in das Gebäude, nämlich in die 1.000.000 Kaufpreis. Diese 1.000.000 unterteilt sich rechnerisch in 700.000 Grundstücksanteil und 350.000 Gebäudeanteil. Jetzt wirst du mir die Frage stellen, Mensch, Fischer, kannst du nicht rechnen? 700.000 plus 350.000 ist mehr als 1.000.000. Ja, ich habe hier sehr konservativ gerechnet, denn du kannst zu den Gebäudeanteilen, zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, zählt ja auch die Grunderwerbsteuer und die Notarkosten, soweit sie nicht die Grundschuldbestellung betreffen und die Maklerkosten. Aber lass uns hier jetzt nicht so ins Detail gehen, es geht um die eine Aussage, Gebäudeanteil 350.000 Euro. Du weißt, du darfst in den ersten 3 Jahren nur 15% für Instandhaltung ausgeben, das wären in diesem Fall 52.500 Euro zuzüglich Umsatzsteuer allerdings. Sondern jetzt siehst du, dass wir direkt nach dem Kaufvertrag bis zum 2.01.2023, dort enden nämlich die 3 Jahre, maximal rund 50.000 Euro ausgeben dürfen. Das ist dieser schmale grüne Balken unten, dort können wir erst relativ wenig von unseren Renovierungskosten ausgeben. Wenn wir diese allerdings sehr intelligent ausgeben, dann bekommen wir 20.000 Euro von der Steuer zurück und haben dann natürlich auch mehr Mieterträge und haben den Wert unseres Gebäudes schon wieder ein Stück gesteigert. Ab dem 3. Jahr können wir also richtig loslegen zu renovieren, natürlich müssen wir Sachen beachten, die hast du ja vorher schon gelernt. Und es kommt der erste Geldsegen, wir kriegen nämlich 160.000 Eigenkapital von der Bank wieder zurück, indem das Depot freigegeben wird. Jetzt sagen wir vom 2.01.2023 bis 1.01.2025 renovieren wir richtig für 450.000 Euro. Hierbei achten wir natürlich, dass wir keine Standardverbesserung haben, das heißt, wir machen nur 2 Gewerke innerhalb von 5 Jahren und keine 3. Aber als Beispiel mit Glattputzwänden, Parkett, Bädern und Fenstern können wir genügend Geld ausgeben und hätten trotzdem kein Problem, zumindest grundsätzlich nicht. Worauf du hier genau achten musst, kommt in den nächsten Wochen des Coachings, da gehen wir genau in die Urteile und Paragrafen rein, dort kriegst du sämtliche Infos. Hier geht es jetzt aber erstmal nur um das Prinzip. Wenn du also 450.000 Euro ausgibst, kriegst du rund 220.000 Euro von der Steuer zurück. Wichtig ist, am 1.01.2025, wenn du am 2.01.2030 verkaufen möchtest, sollte der Abschluss der Renovierungsarbeiten stattgefunden haben. Warum? Wenn nämlich zwischen Abschluss der Renovierungsarbeiten und Verkauf weniger als 5 Jahre vergehen, dann kann es sein, dass es dir als gewerblicher Grundstückshandel ausgelegt wird. Auch dazu später mehr. Am 2.01.2030 verkaufen wir also unser Objekt. Rechnerisch haben wir dann noch eine Restschuld von rund 1,07 Millionen. Jetzt musst du dir aber vorstellen, dass wir über 500.000 Euro Renovierungskosten investiert haben, die wir nicht aus eigener Tasche bezahlt haben, sondern die wir mitfinanziert haben. Und ich kann dir sagen, wenn du dich mit Immobilien ein bisschen auskennst, dann ist jeder Euro, den du investierst an Instandhaltung bzw. an Renovierung, sorgt dafür, dass der Wert der Investition mit Faktor 4 zurückkommt. Also du nimmst ein relativ hässliches, ungepflegtes Gebäude, machst die Fassaden, sorgst dafür, dass die Innenausstattung ordentlich aussieht etc. Ich schwöre dir, inklusive Wertzuwachs und inklusive den wertsteigernden Maßnahmen, die du dort machst, wenn du nicht zu teuer eingekauft hast, und wenn du an einem A-Standort gekauft hast und nicht an irgendeinem schabligen C-Standort, dann kann ich dir sagen, auch in der Vergangenheit, nicht nur in der jüngsten Vergangenheit, kriegst du einen Verkaufspreis von 3 Millionen für dieses Gebäude nach 10 Jahren mit 500.000 Renovierungen. So, das bedeutet, wir haben also ca. 2 Millionen steuerfreien Gewinn. Warum? Denn nach §23 Einkommenssteuergesetz ist der Gewinn steuerfrei, wenn mehr als 10 Jahre vergehen und du nicht im gewerblichen Grundstückshandel bist. Und jetzt lass dir dieses ganze Spiel mal kurz auf der Zunge zergehen. Das heißt, du hast 160.000 Euro Eigenkapital auf ein Depot gelegt, beispielsweise durch eine Steuerverschiebung. Wie z.B. mit dem Investitionsabzugsbetrag. Wie z.B. durch eine Evive. Wie z.B. durch verschiedene andere Sachen, die noch in diesem Coaching kommen werden. Hast dir praktisch ein Darlehen auf Staatskosten in Höhe von 160.000 Euro genommen für 3 bzw. 3,5 Jahre. Und daraus entsteht jetzt folgender Cashflow. Im Jahr 2030 2 Millionen steuerfreier Gewinn. Aber auch zwischen dem 2.1.2023 und dem 1.1.2025 fließen 220.000 Euro Steuerrückfluss auf dich zu, die aus dem Nichts kommen. Sie kommen natürlich nicht aus dem Nichts, sondern sie kommen aus den mitfinanzierenden Renovierungskosten. Aber du hast sie ja nicht aus eigener Tasche gezahlt, du hast sie mitfinanziert. Und die Bank macht das auch mit, weil sie versteht, dass das den Wert der Immobilie steigert. Und du hast nach 3 bzw. nach 3,5 Jahren hast du deine 160.000 Euro wieder raus. Bedeutet zusammengefasst, aus 3 Jahren, in denen du 160.000 Euro geblockt hast, vielleicht 3,5 Jahre, sind 2,2 Millionen Euro netto entstanden. Wenn dir also in Zukunft irgendeiner entgegenhält, das ist ja nur eine Steuerverschiebung, dann verstehst du, dass der nicht wirklich verstanden hat, wie man das Piano spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wäre das, wenn man die 160.000 Euro Eigenkapital, die müssen ja nicht unbedingt aus einer Steuerverschiebung oder vielleicht aus einer dauerhaften Steuerverschiebung stammen, wenn man die nochmal reinvestieren würde. Oder die 220.000 Euro Steuerrückerstattung, was wäre denn, wenn man die reinvestieren würde. Und was wäre dann insgesamt, wenn man die 2 Millionen nochmal reinvestieren würde. So, jetzt weißt du, wie man Vermögen aus dem Nichts aufbaut, indem man einfach das Thema Kredit, Immobilien, Steuern und Renovierung schön auf dem Piano spielt. Lass uns noch ein bisschen in die Praxis gehen. Anwendung von Finanzierung, Steuerverschiebung, Instandhaltung, rollierendem Eigenkapital in der Praxis. Wenn du jetzt also Immobilien ankaufst und du kannst sie ja unter diesen Gesichtspunkten, die ich dir gerade erklärt habe, gezielt ankaufen. Dann kann es zum Beispiel sein, dass du am Anfang ein Problem mit den 3 Jahren hast und über die 15% kämpfst. Hierfür gibt es natürlich diverse Lösungen. Zum Beispiel könntest du Mieterrenovierungen machen lassen gegen mietfreie Zeit. Schon würde der Mieter die Renovierung machen und du hättest weniger Mieteinnahmen. Du könntest gezielten Einkauf darauf betreiben. Das heißt gute Lagen ankaufen mit Instandhaltungsstau, das sich vom Cashflow so einigermaßen trägt. Nicht unbedingt riesig viel abwirft, sondern es sollte sich tragen, damit du nicht in Stress kommst. Du könntest zum Beispiel auch Verkäuferauflagen in den Kaufvertrag hineinpacken. Er muss noch Renovierung machen, zum Beispiel die Heizung, um keine Standardveränderung zu bekommen. Dann, wie ich dir in der vorgehenden Infografik schon erklärt habe, Renovierungsanteile mitfinanzieren und rollierendes Eigenkapital nutzen. Glaub mir, das ist das Geilste, was es gibt. Und in den ersten 3 Jahren kannst du ja sehr notdürftige Aktionen machen. Zum Beispiel anstatt Parkett oder Laminat Linoleum legen. Wände einfach überstreichen und anstatt das Bad neu zu machen, überstreichst du sie mit Fliesenlack. Das hält nicht ewig, aber es hält für die 3 Jahre und es sorgt dafür, dass du unvermietbare Wohnungen erstmal vermieten kannst, ohne über die 15% zu kommen. Dann brauchst du natürlich gutes Rechnungsmanagement, sodass die 15% nicht überschritten werden. Wie schon vorher erwähnt, Rechnungen verschwinden lassen ist illegal. Außerdem solltest du bei Rechnungstexten beachten, dass der Handwerker auch wirklich die korrekten Definitionen benutzt. Renovierung, Sanierung etc. vs. Instandhaltung, Schönheitsreparaturen. Denn der Steuerprüfer würde das wörtlich auslegen, während der Handwerker gar nicht genau weiß, was er da tut und was die richtigen Definitionen sind. Achtet da also drauf. So, schauen wir uns an. Wertsteigernde und grundsätzlich nicht wesens- oder standardverändernde Maßnahmen. Zum Beispiel hochwertige Bodenbeläge, Paket, Kunstharz, Betonoptik, glattgeputzte Wände, Indirekte Beleuchtung, Einbauküchen, Türen, Blätter, Zargen, Beschläge, Video-Gegensprechanlage, Fernbedienbares Garagentor etc. 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 Das ist keine vollständige Liste, sondern nur um dir eine Idee zu geben, dass außer diesen vier Hauptgewerken es sehr viel mehr zu tun gibt. Gerade auch, was sehr wertsteigernd ist. Und diese Punkte, die ich dir hier aufgelistet habe, sind extrem wertsteigernd. Fazit. Meiner Meinung nach die beste Art, Steuern in privates Vermögen umzuwandeln. Und das ist meiner Meinung nach auch die optimale Kombination aus Investment und Steuer. Und so habe ich es damals geschafft, als Sohn zweier Lehrer mit 0 Euro Eigenkapital mir ein entsprechendes, großes Immobilienvermögen aufzubauen. Und was das ganze Ding wirklich so sexy macht, ist die Kombination aus Cash-Cycle-Instandhaltung rollierendem Eigenkapital, denn diese ist nicht zu schlagen. Du musst also das Thema Kredit wirklich draufhaben. Nochmal zurück zu unserem Beispiel und genau so habe ich es schon öfters gemacht. 160.000 Euro Eigenkapital, 220.000 Euro Steuerrückfluss, Eigenkapital ist nach dreieinhalb Jahren wieder frei. Du hast 500.000 Euro investiert, die den Wert um irgendwo zwischen 1 bis 2 Millionen gesteigert haben. Warum 1 bis 2 Millionen? Tatsächlich kalkulieren wir hier mit einer Wertsteigerung von 2 Millionen. Dazu zählt aber auch Inflationswertsteigerung bzw. Nachfragewertsteigerung, wie du sie gerade in den letzten Jahren sehr intensiv hattest. Aber ein großer Teil davon ist auch auf die Verbesserung der Optik bzw. der richtigen und schlauen Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Und nach unserer Kalkulation hast du nach 10 Jahren 2 Millionen Euro steuerfrei. Achtung, auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Du musst dich wirklich sehr genau auskennen, aber hierzu gibt es auch noch mehr Infos im Laufe des Coachings. Du darfst also auf keinen Fall gewerblicher Grundstückshändler werden und du musst immer das Thema § 42 Abgabenordnung beachten. Das heißt, wenn du jetzt lauter kleine Aktionen machst, die zusammen eine riesige Aktion sind, dann könnte ein individuelles Finanzgericht trotzdem sagen, nö, das ist eine Wesensveränderung, eine Wesensverbesserung. So, aber lange Rede kurzer Sinn, wenn du die Basics drauf hast, wie geil ist bitte das denn? Sonst schau dir das auch mal an, das ist nicht wirklich ein Schlupfloch, denn es läuft voll nach dem Lenkungszweck, nämlich Wohnraum erhalten. Was bringt es dem Gesetzgeber, wenn die Städte vergammeln? Und schau da mal ein bisschen ins Ruhrgebiet, da wirst du nämlich sehen, dass dort die Städte vergammeln. Warum vergammeln sie dort? Ganz einfach, weil wenn du dort 1 Euro Renovierung reinsteckst, kriegst du nicht 4 wieder raus, sondern du kriegst einen halben Euro wieder raus. Einfach deswegen, weil das Ding nicht mehr den Wert bringt. Also wenn du zum Beispiel in Gelsenkirchen irgendwelche wertverbessernden Maßnahmen machst, kriegst du trotzdem kaum mehr Geld, einfach deswegen, weil dort kaum Nachfrage ist. Deswegen Vorsicht vor C-Standorten. Aber du wirst sehen, genau genommen ist das noch cooler. Das schauen wir uns in einem der Videos an in einer der kommenden Wochen. Noch eine Sache, dieses Ding versteht so gut wie keiner. Also diese Mischung aus Kreditrelierendem Eigenkapital in Standhaltungsmaßnahmen, Finanzierung mit Finanzierung von Renovierungskosten etc. Und deswegen habe ich erstmalig dafür eine Infografik erstellt. Wenn du also Freunde hast, denen du das auch angedeihen lassen möchtest, glaub mir, die werden dir später sehr, sehr dankbar sein. Also ich habe heute noch Leute, die jedes Mal, wenn sie mich treffen, mich fast umarmen, weil ich ihnen diesen Tipp gegeben habe. Denn du gibst ihnen den Tipp zwischen völligem Überfluss und Altersarmut. Und auch Leute, denen ich es beigebracht habe und die es dann weiter empfohlen haben, haben auch immer nur von bestem und teilweise dramatischem Feedback berichtet. Deswegen kann ich dir nur sagen, empfiehle es weiter, denn das Feedback ist grandios. Glaub mir, 99,99% verstehen dieses Prinzip nicht. Und war das interessant? Denn viele Selbstständige und Unternehmer haben echte Schmerzen bei ihrer Steuer- und Abgabenlast. Deshalb haben wir drei altbekannte Fachgebiete zu einer völlig neuen Strategie kombiniert, die es Leistungsträgern wie dir zum Beispiel ermöglicht, Steuern in privates Vermögen umzuwandeln. So kannst du nur mit Köpfchen allein ein Cashflow-trächtiges Millionenvermögen aufbauen und somit immer entspannter dein Leben gestalten. Mehr Infos dazu unter af-steuercoaching.de Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.